Spaniens Parlament hat die Umbettung der Gebeine Frankos gebilligt. Seit Jahrzehnten liegen die sterblichen Überreste des Diktators in einem Mausoleum nordwestlich von Madrid. Dort sind auch tausende Opfer des von Franco ausgelösten Bürgerkriegs begraben. Das sogenannte Tal der Gefallenen zieht jährlich hunderttausende Touristen an, aber auch zahlreiche Rechtsextreme. Nun soll Frankos Leichnam exhumiert und seinen Angehörigen zur Bestattung im Familiengrab übergeben werden. Dafür hatte sich Spaniens neue sozialistische Regierung bereits im Juli ausgesprochen. Keine Demokratie dürfe Denkmäler erlauben, die die Menschen spalten.